Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest den Bodenheiligen anzunehmen bei Prinzessin Talanji in Nazmir. An dieser Position. Nehme die Quest gleich mal an. Und nun darf ich 4 Wildtotems platzieren. Hier erkennt man sie schon. Gibt einige davon, beziehungsweise viele Positionen, wo ich sie platzieren könnte. Gehe hier nach der Reihe durch. Mobs sind keine da. Vielleicht wurden sie von einem anderen Spieler gerade getötet. Normalerweise ist hier was los. Ja, das sieht man von einem Spieler. Und dahinten noch mehr. Also liegt wohl daran, dass gerade keine Gegner da sind. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Im Quest Text heißt es zwar trefft euch mit Prinzessin Talanji bei Torgas Kopf, aber das ist der Questabgabepunkt. Beziehungsweise soll heißen bereit zur Abgabe. Lange Rede kurzer Sinn. Quest ist abzugeben bei Prinzessin Talanji in Nazmir. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Tschau.